Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 24. September 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 466 und ich habe heute die folgenden Themen mitgebracht. Schweiz vs. Schweden, zu gross, Huawei Powerbank, Comcast, Skype, Hero7, iFixit und Mecos Mojave. Ich beginne gleich mal mit dem ersten Thema. Schweiz vs. Schweden. Schweden ist ja eines der Länder, die schon ziemlich weit vorgeschritten sind mit dem bargeldlosen Bezahlen. Zumindest ist da das Ziel, dass man bis zum Jahre, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, das Bargeld abschaffen möchte. Und somit ist auch in den letzten Jahren fleissig das Ganze vorangetrieben worden. Wie in der Schweiz gibt es auch da fast schon eine staatliche App zum Bezahlen, die Sie auf dem Namen Swish hört. Und wenn man die Zahlen so ein bisschen vergleicht mit der fast schon staatlichen App Twin in der Schweiz, um das Ganze ein bisschen polemisch zu sagen, wird diese deutlich mehr genutzt. Das hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen, dass es hier in der Schweiz fast an jedem Ecken ein Automaten gibt, wo man Bargeld rauslassen kann. Und dass Beträge unter 10 Franken hier in der Schweiz nach wie vor am liebsten in Bargeld bezahlt werden. In Schweden ist es genau umgekehrt. Es gibt seltener Automaten, also Bankomaten. Und zusätzlich wird auch Kleingeld gerne eben über diese App bezahlt. Spannende Zahlen. Wer da mehr wissen möchte, sollte mal bei uns in die Shownotes of daily.giktalk.ch reinlesen. Da haben wir einen Link drin zu einem sehr, sehr ausführlichen Beitrag über eben diese beiden Länder. Sehr spannend zu lesen. Nicht nur für Schweizer, sondern auch sonst. Ja, zu gross in der Hand. Und in der vorletzten Woche hat Apple ja das iPhone XS und XS Max sowie das XR vorgestellt. Genau, so rum war der letzte Name. Und ja, jetzt beschweren sich Feministinnen, dass dieses iPhone oder die neuen iPhones einfach zu gross seien. Es geht da vor allem um eine Journalistin mit dem Namen Caroline Criado Perez. Denn sie meinte, als sie auf ihr damals iPhone 6 umgestiegen sei, hat sie am RSI-Syndrom begonnen zu leiden. Das ist Nackenbeschwerden, Schulternarm- und Handbeschwerden etc. Als sie wieder zurück zum Essay ging, war alles wieder gut. Und somit sei die neueste Generation von iPhones, die eben noch grösser sind. Und da ist Apple nicht allein. Da gehen ganz viele Hersteller darüber hinzu, immer noch grössere Smartphones fast schon Phablets zu bauen. Ja, ein Skandal gegen die Frauenwelt. Ja, zum einen muss ich dem ein bisschen recht geben. Ich habe ja mit meinem Plus auch schon Mühe von der Größe her. Ich hätte lieber das kleinere und könnte das jetzt ja auch machen, da Apple in beiden Versionen die gleiche Hardware- und Kameramodelle verbaut hat. Aber dennoch ist das ja auch wieder ein bisschen speziell, diese Aufruhr, die da drum gerade gemacht wird. Wir gehen weiter zu Huawei, bleiben aber eigentlich bei Apple. Denn am Freitag, also am letzten Freitag, war ja der große Start der Apple Watch und der Apple iPhones. Und in Amsterdam hat sich Huawei etwas Lustiges, in Anführungsschlusszeichen, für sie wahrscheinlich überlegt. ging zu den Apple Stores, wo diverse und zahlreiche Apple Kunden früher schon angestanden sind am Store und auf die Öffnung gewartet haben, sprich auf ihr neues Telefon gewartet haben und haben denen Powerbanks verteilt. Und nicht zwar, nicht irgendwelche günstigen, billig Werbe-Powerbanks, sondern 10.000 mAh Akkus, die bei ihnen im Store für 60 Euro verkauft werden. Das hat natürlich ein paar Huawei-Fans sauer aufstoßen lassen, denn iPhone-Kunden bekommen Powerbanks geschenkt, eben im Wert von 60 Franken Euro, besser gesagt, und die Huawei-Kunden bekommen nichts. Recht haben sie eigentlich. Schade, da hätte man doch besser mal an einem Huawei-Lounge ein paar Powerbanks verteilt. Da muss man sich dann fürs XR etwas Besseres, 10R, etwas Besseres einfallen lassen. Es ist endlich soweit. Die britische Regulierungsbehörde FCA hat sich endlich am letzten Freitag dazu bekannt und sprich es durchgewunken. Comcast hat gewonnen gegenüber 20th Century Fox und darf die Gruppe von Sky übernehmen. Somit ist Comcast der grösste Anbieter von Medien in Bewegtbild im europäischen Raum, zumindest in den Ländern Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Spanien. Über 31.000 Mitarbeiter und 23 Millionen Kunden sind da jetzt neu dazugestossen. Ein Riesenunternehmen und ja, mal schauen, wie sich dann das auf das Produkt auswirken wird schlussendlich. Microsoft will bis Ende des Jahres auf Skype, also Skype auf alle Alexa-Geräte bringen. Wir dürfen gespannt sein, schon zu Beginn des Jahres hat ja Skype, also Skype Microsoft angekündigt, dass sie die Cortana und Alexa zusammenschweissen möchten. Bis jetzt hat ja da nicht wirklich was geklappt oder vorwärts gegangen, allzu gross. Ich hoffe, dass mit Skype besser, respektive schneller klappen wird. Und auch nochmals eine News vom Ende der letzten Woche. GoPro hat neue Action Cams vorgestellt. Und das gleich drei in der Zahl. Zum einen ist ein Modell White, ein Modell Silver, das sind die eher günstigeren Modelle. Und dann noch das Black. Wie immer ist das das Flagshifter runter. Bei den kleineren Versionen ist nicht allzu viel. In dem Sinn Neues mit dabei, was beim Großen bei der Black Edition ist, aber dann schon. Da ist unter anderem eine Stabilisierung von dem Bild oder von der Aufnahme mit drin, die butterweich sein soll. Wie man das so schön beschreibt. Und zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze mit einem Smartphone zu verbinden und dann über dessen Mobilfunkanbindung Livestreams zu machen. Und das auf Facebook, auf Twitch, auf YouTube und auf Vimeo. Somit werden die Dinger interessanter. Ich bin da vor allem gespannt auf den Ton und natürlich auch, wie das Ganze mit der Stabilisierung klappen wird. Ich gehe jetzt nochmals zurück zum iPhone, denn natürlich, wenn ein neues iPhone rauskommt, passiert auch immer etwas. iFixit schraubt die sofort und schnell auseinander und bringt Detaileinsichten zum Produkt. 6 von 10 Punkten hat das neue iPhone oder die beiden neuen iPhone-Modelle bekommen. Ein bisschen mehr als auch schon, aber dennoch selber reparieren ist da nicht mit drin. Es gibt dafür Daten über den RAM zum Beispiel. 4 GB sollen dabei verbaut sein. Wer mehr zu den ganzen Details wissen möchte, bei uns in den Shownotes findet ihr die ganzen Daten oder vielleicht den Link zu den Daten mit drin. Und ja, liebe Hörer, wenn ihr es nicht schon getan habt, gestern Abend, ich habe es ja noch getwittert über unseren Account, Backup anschmeissen auf euren macOS-Devices, sei es ein MacBook, sei es iMac, sei es Mac Mini etc. All die Modelle, die es bekommen können, können ab heute Abend, 19 Uhr unserer Zeit, das neueste Betriebssystem runterladen. Eine Woche nach iOS, letzten Montag, ist ab heute Abend, wie gesagt, Mojave dran, das macOS-Betriebssystem in der neuesten Version. Was ihr da für Neuigkeiten und alles mit drum und dran bekommt, wir werden sicherlich in der nächsten Geek-Talk-Folge in der News-Kategorie, also in dem Mutter-Podcast, Mutter-Format vom News, ein bisschen darüber reden, wenn wir das Update durchgemacht haben. In diesem Sinne, das waren es die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, ihr habt einen guten Start in die neue Woche, in den neuen Tag. Und ja, viel Erfolg, euer Pogipsi. Bis dann, tschüss. Hört mehr Geek-Talk.